ich schwitze wieder einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge akw with friends und diesmal mit anderen naja nicht gesichtern nach doch die sita ne sieht dann nicht ihr hört da nur die schätzt euch mal wieder der arvorin vor ja ein wunderschönen mit auch meiner seite ich begrüße aber natürlich ganz herzlich den guten hakoda hallo hallo und den guten fly bis mir halli hallo wir spielen wir spielen game of life kennt er aus der kindheit brett spiel des lebens auch aus scharmütze damals einmal gespielt staffel 5 ich gewonnen ich schaffe 4.5 keine ahnung so lange her fünf da ich doch und ja ich würde sagen erklären tun was während wir spielen also speziell für hakoda und flyer die haben es noch nie gespielt genau und so habe ich auch verloren weil er dann irgendwann ankam ja das ganze kurven ach so wir kaufen super so mal sehen wer jetzt erster spielt sehen wir denn alle gleich aus außer hakoda nein nein gutes gutes signal hier vom spiel viel spaß beim dingsen so zur uni oder beruf uni ist natürlich besserer job beruf kommst du schneller vorwärts da ich beruflich schon so krass bin gehe ich einfach mache ich jetzt einfach mal die uni guter start guter start pro real life bin ich gut im spiel bin ich besser ich bin gespannt ob du das drehen hinbekommst du bist die namen du bist die namen scheiße man erhalte ein comic oder achso es gibt die herzen du siehst oben also herz hier buch und das glücksschwein hakoda ja ja im endeffekt davon am ende das meiste hat kriegt 400 extra punkte und 400 punkte sind wie 400.000 in cash ja gut aber ich bin halt bei plus minus null wenn ich jetzt eine party veranstalte achso geil aber dann schreitst du umsonst und denk an die party und ins minus kannst du fallen da gibt es schiltscheine da gibt es schiltscheine da gibt es schiltscheine und die sind böse die sollte man vermeiden also jetzt kein minus mehr machen ja aber der kontostand ist jetzt auf seitenlänge das passt das ist gut zu binken letzter leider ja die will nicht dran warum hast du jetzt die die definitiv auch nie ach ich hab nur zwei macht eine party macht eine party macht eine party ich dachte dazu über fährst du ihn eiskalt das nicht ich kenne die party nur mich wer gleich von den du hast am meisten reichtum jawohl kriegen wir erstmal die krone die krone kannst du mir erst dann abnehmen wenn du jetzt zwei schweinchen hast wenn du auch eins bekommst bleibt die krone bei demjenigen der zuerst eins hatte also ich brauche eine ganze horde hakodas ja genau ok alle uni hier krass ja natürlich hier war nicht richtig war nicht richtig ich doch hier noch warte so spaß da müssen so eine stern schicken noch nicht so genug ja ja was ist das so jetzt christian job habe ich meinen abschluss ja bin ich schon fertig masterstudium muss kristen das am meisten wissen das spiel ist echt unrealistisch zwei plus zwei ist drei so ok jetzt habe ich die krone bei wissen alles klar roboter ingenieur was zeit einen job zu wählen so die steuern musst du nur bezahlen wenn du auf das feld steuern kommst also wenn du wirklich hast teilst du nie steuern 110k oder was video game entwickler alles klar aber teilst du halt nur wenn draufkommt auf steuern ansonsten zahlt ja ich kenne mein pech aber komm wir riskieren das 20k schon nett schon einer der besten berufe ich darf noch mal ja weiß ich nicht erscheint du gehst aber hier mit den riesen schritten und das heizfeld da kriegst du 120k stopp stopp party party jungs ich gebe ein ja ich trinke wieder mal apfelsaft prost so genau jetzt hast du halt auch zwei herzen aber Nolo hatte die vor dir beziehungsweise fly hatte die vor dir und deshalb bleibt die krone noch bei sieben verstehe ich bin die krone wieso kann man hier eigentlich nicht rechts lang auswählen warum gibt es hier zwei wege gleich am anfang warum willst du jetzt warum wir die glatze schon wieder nach rechts oder filmdirektor filmdirektor da fliegst du raus achso die sechs und die acht wenn das jetzt einer würfelt bekommt dann bei der acht bekommt jetzt 50.000 8 deswegen die ich will party 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 hat die part und zählt und oder stern das ist mir den rasen des nachbarn also was hält nicht so kostenlos kriegen herz stimmt aber mein herz kriegst du nicht nächste runde die krone zu kriegen bei vier leuten wird schwierig nein und er muss vielen herzlichen dank und da ist das passiert kann er dann rausfliegen auch kredit aufnehmen junge zweite runde und kredit leck mich kann er dann auch ausgehen mache ich noch eine partie keine antwort immer noch danke was mit zu viele schulden wenn man zu viele schulden hat was passiert dann du kriegst über einen schuldschein nach dem anderen ach so den 9 ich nehme den und jetzt gibt mir bitte noch die sechs ich glaube jeder schuldschein kostet glaube ich 100k wenn du den wieder auslösen willst langweiler langweiler kredit kredit oh guck mal er hat ja schon zwei grünchen ich bin die bildung auf jeden fall verhindern dass jemand zwei kronen hat ja dann mach was also noch zeit erst mal erst mal eine acht nicht eine sieben eine acht soll zu machen bin dazwischen will keinem von euch will ich geld hier zu bekommen lassen so krieg ich auch filmdirektor und roboter ingenieur rasen mähen kannst du machen also der job ausweist sehr hoch meine glückser ist die drei nach so wunderbar die drei verdammt wenn wir selber unsere zahlen würfeln kriegen wir trotzdem 50k ach so das ist natürlich cool ok lerne gitarre zu spielen kann er aber nicht er macht als ich will keine schuldscheine das ist egal ich will keine schuldscheine so wiederhol das bitte noch drei mal ich will keine schuldscheine ich will keine schuldscheine ich will keine schuldscheine das war nicht toll genug ja nicht die drei nein ja komm geht auf mich ist ok kauf dir was schön was jungen kommt so was muss jetzt hier machen eigentlich gibt es nur eine antwort werde bleib single oder heiraten ich bleib single auf ewig noch mal auf ewig nein nicht schon wieder die drei ok war schwierig ja 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 glück und wird sich das geld selber wieder verheiratet danke alter hier multimillionär was ist denn hier los danke jetzt kauft er sich mcdonalds lerne videobearbeitung kann ich ja schon also nämlich surfunterricht ob kriegt man da lernen bei surfunterricht habe ich jetzt die krone oder geschafft drei von drei ich komme richtig geil voran ich komme richtig geil voran alle spieler drehen ja mann e-sports e-sports event ist krass aber du wirst bestimmt nicht erster zuerst alle spieler drehen ja nein oh nein zum sieg oh ne 8 ist gut top 3 top 2 top 2 raus aus den schulden scheiße komm 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 ja 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 ok dankeschön 200k schon dick 80 nehme ich mit was wollt ihr machen hä schuldstein ja jetzt kriegt er leider keinen weiteren mehr der weasel war gar nicht so erfolgreich nein nein wann geht denn der weg jetzt ähm der schuldstein geht erst weg wenn du im ziel bist oder du kannst ihn vorher nochmal auslösen musst du aber auf irgendwelche felder kommen ok drehen it's a baby ach ja oh warum nenne ich die art schmeckidi heckidi achtung oh ok alles klar oh nein oh oh schicksal oh schicksal oh baby baby oh deine familie ein haus kaufst oder du deine steuern bezahlst na perfekt digga das große rote fels sind steuern scha ok lass da baby baby steuern oh 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 was ist das job job erhöhung oder einen neuen job erhalten neuer job kann aber alles sein zwölf kam ja 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 würde ich auch nehmen damit steckt er an der kreide hätte ich auch gemacht hätte ich auch gemacht ja das ist neun so einmal die acht bitte abo die acht die neun gilt nicht siehst du ne die acht komm zurück wir brauchen nochmal eine die sechs oh man katsching doch die neun reine meine täsch ah hier gibt es ja geil das ist auch gut ok stopp haben wir jetzt hier abo bleibt single natürlich abo bleibt single auf ewig das kommt schon geil das kommt schon geil oh oh aktion aktion slender gett bewerb oh das ist aber übel 100.000 ja 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 gewinne vom gegner aber abo hat halt nichts der braucht ja irgendwas der hat ja nichts auch hier aber ein bisschen ich muss ja ein bisschen irgendwas machen der hat keine hertz 0 0 2 1 ist nicht gebildet hat keinen erfolg die krone ist hier bei der 3 ist ok und bleibt single ohne familie perfekt total am arsch jetzt weiß ich nicht warum meinst du eigentlich Glück des Lebens Spiel des Lebens ey 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 machen wir mal ordentlich hier Dex yes nein 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 give me money give me money give me money 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 komm give me money und steuern was ist das jawoll was nein oh ne 110.000 110 oder dein Feld krass muss direkt übergeben einmal abdrückt bitte aber sticki heke heke es tut weh oh was das war es schon aber was für eine scheißrunde verloren und verloren schön da hast du 160k grad verloren ne nein abo wenn ich dich nach deiner blöden Meinung gefragt hätte dann hätte ich das getan danke hey oh doppelt ich krieg ich krieg doch mehr oder wenn ich darauf kommen ne ne beim Wiesel nicht X ne aber wenn ich dabei gib mir die 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6.8. o mein Gott mit an Witzel? Hab zwar verkackt, aber... Stoi, ja, nachschauen. Aktion? Babysitten, Junge. Boah, Alter, 100k, zwei Steine. Äh, zwei... Steine. Zwei Schweine. Oh, klar, ich will den Fernseher schneiden. Hauptsache, heiraten aber vorher. Oh, der hat schon so viel von diesen... Oh, shit. Ey, vor allem, ihr habt Cola, Alter! Er ist immer noch der Herzensbäume, grad mal zwei Herzen. Ja, jetzt hab ich auch. Ich hab verkacki wieder. Aber warum ist es denn schlimm zu heiraten? Ich will nicht, dass alles das gleiche nehmt, ist so langweilig. Solider 1 Abo. Oh, das geht voran, Junge. Riesenschritte hier. Aber hey, 120k. 507.000? Cash hat er, ne? 350k, was ist denn mit euch? Du hast halt einen Job genommen nur mit 70k, bist du selber schuld. Du hast hier 120k auch zur Auswahl. Hat jetzt gerade erstmal nix. Äh, 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 äh... Ja, investieren. Ganz klar. Ich bin dann in die Lucie. Aber war es jetzt schlimm, dass ich heiraten gemacht hab? Nein, absolut nicht. Das kann sehr positiv für dich dadurch sogar ausgehen. Nein, nein! Oh, ich bin über die Gatefelder noch nicht gekommen. Er hat ungefähr 50k bekommen. Oh, du kannst dir ein Haus kaufen. Haus? Äh, ja, wie mach ich das? Häuser kannst du zum Schluss dann wieder verkaufen, für einen Gewinn sozusagen. Kaufen? Haufen. Ja, na klar, Leute. Und, habt ihr auch schon ein Haus? Oh. Ein Zimmerwohnung, Vorstadthaus. Guck mal, darunter siehst du auch, was der höchste Verkaufspreis ist. Aber da brauchst du ein bisschen Glück, ob du den hinkriegst. Boah. 350. Aber Minus machst du auf gar keinen Fall mit Häusern. 350. Du machst kein Minus mit Häusern. Also, ich würde hier immer das höchste Haus nehmen. Puss. Ich bleib in der Einzimmerwohnung, Freunde. Oh, mit seinem Buch in der Hand. Fürs Business. Business. So. Wer ist denn das hier? Boah, was? Warum musste ich jetzt steuern? Achso, nee, okay. Erstmal war das Haus. Das war das Haus, ja. Ich dachte gerade. Hier, Hakoda dreht mir zu schwach. Am Rad. Das ist zu offensichtlich, dass er immer seine eigene Zimmer zieht. Ich bin dafür, dass du ihn mal richtig drehst. Nimm mal die Bildung, Junge. Die hast du nötig. Ey, ich hab ja nix. Guck mal, ich bin voll am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Du kriegst doch gleich wieder Gehalt. Komm, jalla. Ich vertrau dir. Ich vertrau dir vielleicht. Kannst du doch schon. Du bist im Arsch. Er spielt Baste nicht. Steuernfeld und Kredit. Bin coming. Wirst du sehen. Hey. Hast du mal gesehen? Schuldschein juckt nicht. So, die 8, bitte. Ich hab mir ne Wohnung gekauft. Ich brauch Geld. Hast Verständnis. Hast Verständnis, oder? So dreht man hier richtig. Hast Verständnis, oder? Und da gibt's die 1. Perfektiger. Das ist auch eine starke 1. Aber das wäre egal gewesen. Hi, Ratten. Hi. Was ist denn das? Ehepartner wen? Männlich oder weiblich? Was ist das hier? Was ist das dritte? Divers. Wahrscheinlich irgendein Mittelding. Divers. Asexuell. Oh, bin ich dein Trauzeuger? Nein. Gut. Hallo Abo. Nee, abgelehnt. Aber darfst du dich jetzt nochmal drehen? Wow. Dein Herz bekommen? Dein Herz fürs Heiraten. Ist ja ganz schön mau, oder? Ach, verdammt. Was ist das? Das hab ich gar nicht vergessen. Wenn es schwarz dreht, dann muss jeder von uns 20.000 ihm als Hochzeitsgeschenk geben. Oh, warum sagst du's denn auch noch, Mann? Ich bin nicht mal sein 20k als Hochzeitsgeschenk? Ja. Ja. Und ich war nicht mal eingeladen. Nee, 60. Kann ich nicht mehr rechnen. Das hab ich nicht vergessen. Das ist ja hier so. Nee. Oh, Gott sei Dank. Starke vier. Vier steht für Lifestyle. Und da kommt das Haus. Und gleich noch raus. Vier steht für Lifestyle. Aber warum, äh, egal. Ey, da, Mann, der hat schon... Okay, das ist ja jetzt nicht so prickelnd, aber das sieht schon gut aus. Stand da gerade im Wohnzimmer? Und in der Küche im Bahn wohnt jemand anders, oder was? Er wohnt im Wohnzimmer. Er hat nur ein Wohnzimmer. Aber ordentlich Punkte, Jungs. Ja, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, das war nicht schlecht. Finnef. Was heißt ne Finnef? Steu, Jan, steu, okay. Schicksal, das kann trotzdem noch sterben. Ja, ja, ich weiß. Tot. Tot, Alter. Ja! Ja! Richtig, gib ihnen einmal 500k ab, Alter. Richtig und wichtig. Alles für den Start. Alles für den Start. So, let's go. Ja, das ist zweimal besser gedreht. Ja! Zehn, Junge. So, ich brauch Geld. Stopp! Was ist das? So, hier kannst du nochmal einen Online-Kurs machen, kriegst du noch einen besseren Job. So. Oder setzt dein Leben fort, dafür kannst du auf der rechten Seite, hast du halt eine Möglichkeit... Möchte ich nicht. Ich bilde mich weiter. Kommst aufs Steuernfeld. Oh, Entschuldigung. So, Karriere ist gesichert, jetzt kann ich Familie gründen. Was ist das? Alter! 200k für Astronomen. What the fuck? Ja, komm, hat doch gut geklappt. Weiter geht's. Aber es gibt jetzt ein neues Feld, ne? Oh, die Zehn hab ich jetzt. Okay. Oh, das war nix. Oh, das war nix. Oh, das war nix. Oh, das war nix. Mach doch mal richtig hier. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Okay, dann krieg ich mal ein bisschen Kohle wieder hier. Du hast ein bisschen Kackstift in der Hose gerade. Vertrau mir einfach. Ah, es sieht stark aus. Steu, Jan, Steu, Jan. Ey. Alles klar, ich hab keinen Kackstift mehr in der Hose. Das war immer geil. Über eine halbe Mille. Schmeckt. Kannst du jetzt noch heiraten? Ja, das ist mein Bowling. Ey, das ist doch unfair. Bowling-Duell. Du bist auch nicht eingeladen, Olo. Warum hast du meine Frau? Tja. Helga? 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 Was ist das? Du, weil du ein Auto hast, oder was? Oh, scheiße. Rot, 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 rot. Boah, geht da ganz schön gut, oder? Ah, dann nächst du auch tatsächlich schon gezwungen. Komm, 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 komm. Nein! Ja, doch. Egal, gib, 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 gib. Das kommt davon, wenn du so langsam drehst, leider. Ah. Immer auf die mit dem Schuldschein. Versteh schon. Auf dem 600k glatt. Schmeckt. Siehste, läuft doch. Und der, der als erstes im Ziel ist, was ist dann? Ähm, der kriegt erstmal einen Bonus, wenn du erster bist. Aber dann ist noch nicht Schluss. Also, erklär ich dann. Er kann nicht wurspielen. Erklär ich dann, wenn's soweit ist. Dann erklärt er uns die wichtigen Sachen, die wir hätten machen sollen. Ey, pff. Uuh. Hey, leider sieht das bei euch beiden relativ gut gerade aus. Bei mir und Wiesel nicht ganz so gut. Der heiratet, der Boy. Guter Mann. Aber bei Wiesel sieht's ganz schlecht aus aktuell. Ja, immer. Ich hab jetzt noch ein bisschen Geld. Ja, guck mal. Ich mach mir die Tasche selber voll. Ja, mach nicht die Tasche selber voll. Brauch euch nicht! Boah, jetzt ist denn noch mal Hochzeit, die Shake. Meine Fresse. Hört doch mal auf zu heiraten. Was soll denn der Blödsinn? Was soll dieser Blödsinn? 20, 20, 20. Ja, das wird ein 10er. Das wird ein glatter 10er. Das wird ein 10er, seh ich auch. Ja, seh ich schon am Dreh. Das ist ein 10er. Ja, aber ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Das brauchen wir gar nicht überreden. Ja, ging nicht offensichtlicher. Leider. Hier 40k in Hochzeitperson bezahlen. Kommt davon ein Singleboy? Oh, das war fast die 9. Komm in die Gruppe. Boah, ich würde eine 1. Oh, knapp. Wohltätigenverein. Oder besuche ein VR-Museum. Damit willst du die 1 sagen, glaube ich. Boah, der hat 5. Okay, das ist krass. Und der hat sich nicht weiter gebildet wie ihr. Traurig. Aua. Schmeckt. 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 Saftig. Wie, ich darf noch mitspielen? Ja, perfekt. Let's go. Du bist schon raus. 9, 9, 9, 9, 9. Geheiratet und sie sah ihn nie wieder. Oh. Schöne 2. Schöne 2. 2. Oh, jo. Ein bisschen die Halt einstecken. Schnelle Runde. Schnelle Runde, Bro. Ja, sagt meine Frau auch immer. So. Das ist übelst. Wie sah das hier aus? 3 da, 5 da und die Glücksschweinchen. Und 4 auch schon. Ich bin ein kleines Schweinchen. Du bist ein kleines Schweinchen. Jawoll. Danke. Und damit ist der Schuldschein von allein bezahlt. So, Abo. Jetzt entscheide dich aber. Naja, natürlich. Ja. Achso, nein. Die 10. Zählt nicht. Hat nicht gezählt. Habt die 10 jetzt. Och, Mann. So ist doch gut. Meine alte 8. Steuern. Ah, schade. Wie? Ihr seid nachtbar. Sehr schön. Alles gibts. Alter, sie sind 130k, glaub's wohl. Alter. Okay, ne Wohnung. Gut. Findest nicht nur ein Wohnzimmer. Kaufe zwei von zwei Häusern. Hey, ich hab einen Erfolg bekommen. Juhu. Oh, die vier Schweinchen sind ja doch wieder in Reichweite. Na, ja, okay. Ist doch erstmal okay. Oh, ganz trockene Runde. Gar nix. Aktion. Achso, doch. Hello. Neue Sprache. Grill, alter. Grill, grill, grill. Gleich zwei, alter. Klar. Alter, sechs. Hat er dir die Krone wieder geklaut, Wiesel? Ich seh's. Ich seh's. Danke. Ich hab dir die Krone geklaut, Wiesel. Wiesel, ich hab dir die Krone geklaut. Ich bin nicht mehr der König von Mallorca. Ich bin König. Ja und na, schade. Seven. Ich will bumsen. Ich will bumsen. Was denn? Alles klar. Da musst du auch mit den Konsequenzen leben jetzt hier. Stopp! Oh nein, Mann ey. Leuchtturm kaufen. Leuchtturm kaufen. Achso. Solarpaneele. Du hast nicht viel Geld, Digga. Familie kommt, ne? Sammelalbum. Komm, nimm das Sammelalbum. Echt, na klar. Für die Kiddies. Für die Kiddies schonmal alles vorbereiten. Die absolute Nullrunde. Was, hier fehlt so eine Minigamespiele irgendwie. Wie bei Mario Party, ja. Ja, die fehlen hier leider, die Minigamespiele. Die waren beim Vorgänger, bei dem ersten Teil davon. Da gab's Minispiele. Ja, kann ich mit leben, bin ich. Auch nur 50k. Guck mal, die anderen kriegen auch nur 50k. So. Bleibst du bei Family oder gehst du in Investitionen? Äh, ich hab das Gefühl, da ich ja nachher... Ach, leck mich am Arsch. Ach, Ma... Ja. Hätte es schlimmer sein können. Ja, aber ich hab die 666. Auf die Gate fällt nicht mal rauf, weil ich schon da drauf wart, oder? Ja, ja, wir snacken alles vorher weg. 7, alles klar. Na dann. Dann entscheiden wir uns natürlich hier weiter. Money, 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 money. Hier kommt der Money. Hier kommt der Money. Was kriegen wir denn hier? Aber hat der Taube gerade keine Beine her? Astronom! Hey, willkommen, Kollege. Hallo, Kollege. Hast du heute Nacht den Mond gesehen? Vielleicht seid ihr füreinander bestimmt. Wollen wir mal vielleicht zusammen zelten gehen? Warum mach ich denn dann eine 7? Das ist doch zum Heulen. So, Alter. 200k. Boom. 200k. Boom. Und, was da... Geheheizerhöhung. Ja, na klar. Warum hast du jetzt nicht abgelehnt? Ne, weil wenn du einen neuen Job machst, kriegst du einen neuen Job und den musst du auch wählen. Ja, komm hier. Danke. Hey, bitte. Oh, was ist das? Na ja, links hast du permanent das Schicksalsrad, was du drehen kannst. Du verlierst alles. Ne, du bist der riskanter Typ. Eier oder nicht? Null Eier. Hey. Hey. Digga, das ist doch nicht so schwer, ein Rad zu drehen. Ich dreh gleich an deinem Rad. Danke. So, ich brauch ein bisschen Money hier. Danke. Oh, im Tunnel. Bin im Tunnel, hab keinen Empfang. Hört ihr mich? Häuser verkaufen. Warte, 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 warte. Ach, verkaufen. Wenn du einmal durchgehst, also wenn du im Ziel bist, du kriegst jetzt gleich 6 Briefe, die du öffnen kannst. Und wenn du im Ziel bist, kannst du nur einen davon öffnen. Das, was du kriegst, musst du halt nehmen. Wenn du jetzt dein Haus verkaufst, hast du 3 Briefe, die du öffnen kannst. Alle Spieler, alle Spieler, alle Spieler. Du hast halt mehr Chancen. Aber, wenn du den ersten Brief öffnest und das Angebot nicht annimmst und mit dem zweiten Brief, sobald du den öffnet hast, ist das Angebot vom ersten Brief vom Tisch. Das kannst du nicht mehr nehmen. Alle Spieler. Das ist mir zu kompliziert. Alle Spieler. Komm, du bist schon nicht den riskanten Weg gegangen. Komm, da kann jeder gewinnen. Okay. Ich geh darauf ein. Du drehst aber auch echt eklig. So dreht man. Genau. Ich mach jetzt eh eine 2. Mit Ansage. 5 und 7. Schade. Ich würde eigentlich eine Ansage machen. So dreht man. Minimum 4. Es sind schon 80 sicher. Es sind 80 sicher, Leute. Ja! Also, ich nehm die 40k gerne. Buuuu. So. Ja. Na gut. Es sind 10k. Ich glaube, irgendwas verschluckt. Es ist voll auf Kamera. 80k. Keine Zeit, Leute. Irgendwas verschluckt. Deine Würde, oder was? Ne. Ich glaube, ich hab ne Motte gegessen. Was? Was zur Hölle? Schöne 1. Fabile Runde. Das Haus war jetzt nicht garantiert gewesen für 750k. Richtig? Ne. Okay. Da hab ich echt ne Motte verschluckt. So Nolo, die 10? Hey! Ja, nehm mich sogar gern, weil ich mal vorankommen will. Ach, lag mich doch. Die 3 ist nicht die 10. Ja, aber prinzipiell ist es nicht so schlecht, wenn du immer kleine Schritte machst. Warte mal. Zwillinge oder Hunde, oder was? Ne, Hund oder Katze oder Mädchen oder Junge. Wer nimmt die Kinder mit, Junge? Ja, natürlich. Oh, voll ist Christoph. Steuereleichterungen. Einen Jungen. Oh, voll glücklich. Herzlichen Glückwunsch. Wie hast du ihn genannt? Doggo? Ähm. Oh, guck mal. Alter, was hast du jetzt für ein Auto? Ja, Digga, so sieht's nämlich aus. Ein Roller reicht halt nicht für ein Kind. Wir runden auf meinem Roller. Eid, geb ich mir selber Glück. Ist doch sehr schön. Passt. Du gibst dir selber Aids? So was sagt man aber nicht. 100k. Machen wir den riskanten Weg. Warum hat keiner den? Nee, er hat keine Eier. Nee, stimmt. Er hat keine Eier. Er hat keine Eier, ja. Er kopiert einfach nur Hakoda, damit er besser vorankommt und ausnutzen kann. Oh, yes, Baby. Oh, yes, Baby. Das gibt's doch gar nicht, ey. Der kriegt hier Erhöhungen ohne Ende. Der ist doch kein besserer Astronom als ich. Doch. Das Problem ist, jeder ist besser in dem Job. Oh, da vorne ist schon zu Ende, ne? Oh, Mann. Da ist zu Ende, ja. Dance off. Dance off. Also als Tipp, ich würde die Krone versuchen zu sichern. Ja, auf jeden Fall. Jetzt musst du schon achten. Äh, Fly, wir sind richtig gut vorangekommen in diesem Spiel, ne? Ne, macht so Spaß, ja. Ich bin... Nein! Ja, dankeschön. Es war nicht gedreht. Boah, Mann. Jawohl, wieder eine 3. Und hey, willkommen in der Familienplanung, Bro. Dankeschön. Weißt du, das ist mir lieber, als zu gewinnen. Jemand, der die gleichen Ansichten hat wie ich... Mädchen. Ist das okay, red dich raus. Und, was ist das für geworden? Mädchen, ne? Weiß ich nicht, ich hab einfach weitergeklickt. Hat man schon gesehen. Warum kriegt man ein Jeep, wenn man ein Kind kriegt? Ja, Mann. Ja. Die Steuergelder, mein Freund, die Steuergelder. Ja. So, jetzt halt mal, was du kannst. 10, 10, 10, 10. Nehme ich... Ach, ich nehme auch die 9, die ist eigentlich völlig in Ordnung. Noch ein Kind. Oh ja, schade. Stopp. Ich muss nachdenken. Hm. Hm. Die Bildung ist eigentlich schon längst weg, ne? Ja, der Zug ist abgefahren. Okay, ich nicht. Dann mach ich lieber Leben fortsetzen. Scheiß auf die Bildung. Weil Bildung ist für Idioten. Ja, kann ich mit Leben. Ist Weasel, der kann das haben. Die Familie ist frisch gegründet. Der braucht doch Geld. Danke. Snick in die Snack. Oh, nochmal 100k. Alles klar. Schmeckt. Schön. Wow. Fast in den Mille. Da kannst du mal sehen. Aua hat durch in die Mille. Ja, der hat schon den 1000k. Ey, ich bin schon Millionär. Aber er ist auch Single. Und hat trotzdem nichts. Ich hab Geld. Ja. Ja. Und einsam. Und trotzdem bist du Single, Digga. Und? Ich hab Geld. Und Single. Oh, holt er sich das Schwein. Schwein, Schweine. Ich hol mir das Schwein. Das ist natürlich heftig. Das ist aber schwein. Das ist aber schwein. Warte mal ab, Junge. Wie ist denn das denn, wenn jetzt einer im Ziel ist, können die anderen noch weitermachen? Nee. Nee, bei uns war vorbei. Oder? Ja, weil wir zu zweit. Nee, war nicht vorbei. Du hast auch noch weitergemacht. Oder ich. Ich weiß nicht, wer von uns zuerst im Ziel war. Also, setzen die anderen aus dann. Müssen alle ins Ziel kommen. Erst dann ist Ende. Danke. Ganz schön. Ganz schön schön. Und damit haben wir die Mille. Safe mit mir und her mit Familie. Ohne Job, Jungs. So, Haku. Okay. Also erstmal 250k, weil du als erster dran warst. Ja. Unverdient. Auch Mille, ne? Und dann kannst du jetzt hier erstmal ausverkaufen. Okay. So, das was du jetzt willst, kannst du halt 720 kriegen, maximal. Ist das jetzt eine Glückssache oder was? Ist Glückssache, ja. Mitte, oben. Ich wollte unten machen. Hast du 10k gewonnen? Ich glaube, das ist das Schlichteste, was du kriegen könntest. So, jetzt ist es der Fall. Du kannst theoretisch die Pension wählen. Dann drehst du halt mit Rot und Schwarz und ich glaube für Schwarz kriegst du 100k und für Rot kriegst du 10k. Und auf der rechten Seite bei der Wunschliste kannst du theoretisch halt noch eins dieser drei Grünchen da bekommen. Ja. Also du kannst da auch nochmal was erwürfeln. Aber es ist halt auch da sehr Glückssachen mäßig. Ob du da was kriegst oder nicht. Aber ich mach das trotzdem. Bildung willst du, ne? Ja. Um deine Bildung zu safen. Ja. Okay. Ich glaube jetzt sagst du auch einmal drehen. Genau. Genau. Jetzt musst du Schwarz drehen. Rot, 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 Rot. Yes. Neat. 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 Aber er kann dir doch die Bildung weggeben, wenn er das macht. Baby Food. Er kann es noch schaffen werden. Darf der aber nicht. Was mich halt ärgert, ich komme halt nie auf Aktionsfelder, ne? Ich komme immer nur auf Geld und Steuern. Und Babys. Und Kinder machen. Ja. Wie im wahren Leben. Ja. Da fällt mir ein, ich muss noch Unterhalt bezahlen. Hat nicht so ganz geklappt mit deiner Frau? Nein. Schon wieder! Schon wieder! Warum? Tja. Ja komm, was soll ich damit? Ich will, ey das ist unfair, dadurch verliere ich alles gerade. Das ist unfair, das ist ein Glücksspiel. Hä? Heißt Spiel des Lebens und nicht Spiel des Glücks. Kleiner Steuerhinterzieher. So, 200k, danke. Ja, dann mach mal hier. Oh, Mitte. Oh, Mitte. Oh, Mitte. Oh, Mitte. Oh, Mitte. Ich habe jetzt ein 100k Gewinn gemacht. Trotzdem. So, und ich will definitiv auch die... die Krone versuchen zu helfen. Schicker Wohnwagen, was denn her? Ich hab den gleichen. Ich hab bei Lotto gewonnen. Rot, rot, rot. Was hat dich gezählt? Haha! Rot, rot, rot. Rot, rot. Das geschießt ihr recht, scheiße. Mitte. Ist ja ganz schön beleidigend, das Game. So, ich darf jetzt nur drehen, richtig? Ja. Ja. Rot, rot, rot. Yes! Ach man, Kackspiel. Da bringt die ganze Bildung auch nichts, Bro. Das Geile ist natürlich, deren Pferde sind... Mal, Alter! Deren Pferde sind auch weg. Wir müssen nicht mehr bezahlen. Das kommt auch noch dazu. Alter, wie weit hinten ihr noch seid, ne? Ja, weil ihr immer 10 macht und so weiter. Was soll ich denn machen? Oh, jetzt haut er da auch noch rein. Okay, das ist... Das ist heftig. Na gut, einer geht definitiv leer aus bei den Kronen. Uh! Ja, aktuell ich, weil ich auf keiner dieser Felder komme. Aber du bist noch... Am weitesten hinten, also du hast noch die große Chance. Unbedingt noch eine Krone, unbedingt. Ich bin... Vor Weasel. Guck mal, wie knapp, ne? Weasel hat's am besten. Kann ich hier mal gucken? So, warte mal. Also, Abo hat 0 Hertz, wie im Real Life. Du hast 5, ich hab 4. Und... Okay, also Glück oder Herz. Let's go. Ich wär für Glück. Ich wär für Herz. Ich hab Familie. Sorry, ich muss... Nur mal sicher gehen. Ich muss auch gehen. Ich hab auch Familie. Sehr schön. Egal. Ist gut, ist ein Aktionswerk. Sag doch, wir sind erst eine halbe Stunde drinnen. Bingo! Hohe Herzen. Bingo Bongo. Ja, damit hat er die Krone. Nein. Oh, das war auch ein geiler Song, Alter. Bingo Bongo. Doch, oder? Schmeckt mir. Jeder eine hat Krone, ne? Na ja, ist der... Ja, ja. Nee, ich hab jetzt keine Krone mehr. Wieso jetzt nicht mehr? Hä? Ach so. Ja. Abos hat Glück, du hast Bildung und wer hat Herz. Tja, Abos, wer kein Herz hat... Hat doch kein Glück, oder wie? Ja. Macht zwar kein Satz, aber ja. Pech in der Liebe, oder ne? Sagt man doch eigentlich. Oh! Darf ich mir jetzt aussuchen? Oh nein! Und der kriegt... Nein! Nein! Ich würd... Also, ich geh auf Herz, Winne. Okay. Ich will die Nordlichter sehen. Herausforderung angenommen. Ach, kacke, ey. Rubbe die Karts, schnubbe die Warts. Ach so, alle drinnen. Vor allen Dingen, das hat so viel gebracht. Die Neunen. Ach ja, stimmt. Bei dem Feld ist es voll ugly, Alter. Tja, nimmst du nochmal Geld mit, Wiese? Dein Online-Kurs? Du bist so doof, ey. Ja, für ihn ist das natürlich gut. Astronom? Also, ich will... Astronomen. Aber der bringt richtig Asche, der Astronom. Und der macht's. Super Zahl! Komm auf die Neun! Ein... Tschüss. Ist es raus? Oh, Avo ist raus. Oh nein! Nein! Jetzt hab ich... Oh, 150! Das schmeckt dem Staat. Ich hab gerade Gehalt bekommen, direkt wieder Minus. Stabil. So, ich bin dran. Dann wollen wir mal gucken. Wie sieht's denn hier aus? Dass man hier nicht reinzoomen kann, ist... Also, ich bin halt voll... Ich kann Avo das Schwein noch stehlen und hab nen Kampf mit nem Herz. Ja, perfekt. Mit den Herzen. Yes! Yes! Komm! Die Scheiße, dass ich keine Glücksteile mehr hab, nur weil ich im Ziel bin. Oh nein, ich will gar nicht ins Ziel. Nicht Gehalt! Oh, Mann! So gewinn ich doch gar nichts. Ich brauch nur eins. So, ich hoffe... Aber Avo ist trotzdem da. Ja, hoffe ich jetzt auch mal. Ja, er ist da. Okay. Und dann wieder ne Niete. Warte mal, habt ihr das gerade gehört? Nein! Die stille Niete auf jeden Fall. So. Komm schon. Und, let's go. Und da gesellt sich jemand das Licht dazu. Okay, komm schon. Ja! Der ist wichtig und richtig. Das die Zehn war jetzt übel für mich, Mann. Ich komm auf kein Aktionsfeld. Das ist so ärgerlich. Wenn er jetzt nochmal auf ein Aktionsfeld kommt, schnick ich am... Okay, das ist gut. Ach, denn du Kohle, wa? Ach, Scheiße. Ich brauch jetzt sowas wie ne Eins. Ne Eins. Ne Zwei. Ich brauch ne fucking Zwei. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Ja, WP. Du Niete. Nein! Wir haben dich schreien hören. So, der ist auch ans Ziel. Der ändert sich auch nix mehr. So, Mitte oben, Nolo. Mitte oben. Sein Ehrenmann, Mitte oben. Dein Ehrenmann. Ich hab Gewinn gemacht. Ich hatte das... Ich hatte die günstigste Immobilie. Ja, aber auch wenig. Ja, ist mir egal. Mit Gewinn machst du, glaub ich, ein Minimum 10k machst du, glaub ich, immer. Fickerbodenwagen machst du denn her. Auf jeden Fall nicht von einem Astronomen. So. Bin ich jetzt auch ein AWO oder bin ich ein cooler... Du musst Herzen rausbauen, ne? Ja! Ja! Er dreht einmal... Er kriegt auch noch so viel Herz. Er kriegt auch noch so viel Herz. Ja! Okay. Du musst auch dein Herz hören. Ich glaub, der wird sich jetzt nix mehr ändern, oder? Okay, also ich find... Fünf Manit ist geil. Komm. Mach das Ding voll, Digga. Jawoll. Danke. Achso, ne. Hat er ja nicht. Stimmt. Na gut, du safest das Schwein, das war klar. Errungenschaften sogar bekommen. So. Kollektor. Geil. Erfolg Schwein freigeschaltet. So. Bei dir wird's Zeit für ne Niete. Meinst du? Ja. Okay, find ich auch. Das ist hervorragend. Alles klar. Muss bei mir jetzt aber auch passieren. So, Wiesel ist der Letzte. Wiesel, du musst doch Bildung gehen. Jetzt haut gleich ne 7 raus. Du brauchst die Bildung. Du kannst Winne die Bildung wegnehmen. Den Hakoda mein ich. Ne. So. Nein. Ich find hier niedrige Zahlen viel besser als die anderen. Ja, Job bringt mir nix mehr. Mann, ich brauch ne Aktion, Mann. Aktion. Aktion. So schön, was doch noch mal ne Hätte. Warum nimmst du nicht das andere? Ach doch, hast du ja. Boah. Bro. Wollt schon sauber werden. Ich mach jetzt kurz ne Niete. Weil die brauch ich. Fürs Selbstbewusstsein. Alles klar. Man muss auch mal fallen, sagst du. Ja, ja. Ja, aber ich nimm natürlich auch gerne schwarz. Schwarz. Er baut die Herzen aus. Er baut die Herzen aus. Ja, das Thema mit den Herzen ist auch durch. Du hast null. So, geht da weiter auf die Schweine. Okay, er macht gar nix. Du Niete. Ey, das ist ne Quadra-Niete, Alter. Quadra-Niete. Ich hab aber trotzdem immer noch... Ah, ja. Ja, du wollte ich. Wollte ich. Ja, du bist gut. Eins. Ich brauch Aktionen. Ich brauch Aktionen. Mach mal ne 10. Damit der Spuk hier vorbei ist. Jawoll. Scheiße. Und mach auch noch mal Ansage, Alter. Mit Ansage und auf Steuern fällt. Auf Steuern fällt. Komm schon. Scheiße. Alles klar. Er düst durch. So, was ist jetzt? Aber er kann sich noch ne Krone holen, ne? Kann er. Kann er. Ja, Bildung, ne? Bildung. Bildung ist drin. Komm. Also ich darf dann auch einmal drehen, oder was? Ja, du darfst noch einmal drehen. Komm, Bildung. Bildung. Nein. Nein. Komm, ey. Bitte nicht. Komm, 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 komm. Rot. Schwarz, 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 schwarz. Nein. Boah. Ja, wie Kind. Ganz ehrlich, aber es wäre so gewesen, wenn der Familienvater mit Kind euch auseinandergenommen hätte. Uff, das war jetzt böse gerade. So, dann gucken wir mal. Mein Schulden-Dings kommt dazu, ne? Geld insgesamt. Geld. Oh ja. Da war ich ja vorne, ne? Gibt, gibt, gibt. Ah, B-Glitzer. Oh, was? Ja, Geld war ich vorne. Ja, stimmt. War schon echt mit. Aber nur knapp. Mit deinen drei Gehaltserhöhungen. Oh, das hat Fly, okay. Okay. Boah, abgeschlagen bin ich, Alter. Nein. Abgeschlagen. Nein. Das kann nicht sein. 20 Punkte. 25 Punkte. Kredite insgesamt. Kredit. Nein. Ja. Nein. Nein. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Der Kredit hat dich noch auseinandergenommen. Ey, ich wär erster gewesen ohne Kredit. Der Kredit hat's dir versaut. Ah, den hab ich gar nicht mehr gedacht. Ich hab den bloß so gesehen. Oh, shit. Oh, shit. Ist das unfair, Alter. GZ an Aorin. Ne, überhaupt nicht. Unverdientester Sieg ever. Aber auch GZ an Fly für den zweiten. Ja, danke. Mit einem scheiß Kredit. Ah. Also ich möchte mich hier für alle Familienväter und Mütter einsetzen. Man geht auch ohne Bildung. Steil nach oben. Aber Finger weg von Krediten. Ey, das ärgert mich. Das hätte gereicht. Das ist ein schönes Foto für dich gewesen. Könnte ich dir trotzdem. Das wär's echt. Aber wie du dir erst sicher warst und dann so, nein, Kredit. Ich wüsste nicht, dass das kommt. Ja, ich auch nicht. Aber ich dachte auch, ich hab verloren. Ich hab in den Kredit gar nicht mehr gedacht. Weil ich dachte, der wird irgendwie nochmal abgezogen vom Geld und dann hast du halt am Ende, zahlst du irgendwie noch so einen Zinssatz oder so. Aber das ist... Naja, egal. War trotzdem cool. Ja. Muss ich aussagen. Ich bedanke mich von meiner Seite aus an Hakoda und Herrn Fly, dass du mitgemacht hast. Immer gern. Auch danke meiner Seite aus und von meiner Seite aus, aus meiner Seite aus. Da fehlt die Bildung, ist kein Problem. Ich hab hier nur... Ich bin nur reich. Der Astronom wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Natürlich Instagram, Twitter. Schaltet einfach mal rein. Und ja, danke an unsere Gäste. Danke an Wiese natürlich. Bis dann. Tschüss.